hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf dem youtube kanal der bezirkshallung in essen mein name ist björn und ich habe für euch heute eine bärenbowle vorbereitet ich zeige euch heute quasi wie man mal eben ganz schnell mit der mikrowellenkanne und unserer test and press presse mal eben ganz schnell eine ganz leckere bärenbowle zaubern kann und das schöne an der ganzen sache ist die könnt ihr alkoholfrei machen wo die für kinder geeignet ist nimmt einfach zitronenlimo und ansonsten wenn ihr die trinken wollt quasi ja dann nehmt einfach weißwein sekt oder was euch so beliebt ist also ganz beliebiges variables einsetzbares produkt sozusagen am ende wir machen sie heute in der picknick kanne normalerweise größeren portionen kann man wunderbar im universalbehälter machen aber die picknick kanne reicht für die menge die ich heute quasi für euch zubereite jetzt würde ich einfach mal sagen viel spaß bei dem video und alle zutaten zu dem video findet ihr unten in der video beschreibung und viel spaß dabei aber Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier ist einmal das komplette 2 Liter Behälter jetzt hier voll mit der Beerenbowle und ich habe jetzt eine ganz normale Zitronenlimo genommen. Und die können jetzt quasi genauso, wie sie jetzt schon ist, es ist mich jetzt schon kalt durch die eiskalt gefrorenen Früchte, kann man sie einfach schon wunderbar genießen und servieren. Ich würde einfach sagen, viel Vergnügen, ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und bis bald, euer Björn.